Hi, hier ist der Sam Schemaier, Paterapeut in Mono und in Hamburg. Diesmal wieder rund um die Themen Dating bzw. Liebe. Heute geht es um das Thema lahmarschiges Dating. Stay tuned! Kurz vorab noch, es gibt noch zwei Bootcamps dieses Jahr, wenn du nochmal richtig Hardcore ran willst. Und falls ich von euch die Frage nach so einem Bootcamp advanced, wenn es noch mehr Interessenten gibt, schreibt mir gerne. Ansonsten gibt es in Mono und in Hamburg noch eins. Die libysche Party haben wir ja noch im Oktober. Also wer sich dafür interessiert, sollte sich bald mal anmelden. Und genau, der Ex-Detox-Kurs haben wir ja gerade. Aber gut, eine Mail von Romanovko. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du aber eine Formelle auf libyschip.de machen. Hi Christian, übrigens immer alles so cool auf den Punkt. Dein letztes Video über Sex vor Beziehungsgesprächen hat mich an eine ähnliche Situation erinnert. Was übrigens manche in diesem Video falsch verstanden haben, ist, es ist völlig in Ordnung, als Frau nicht gleich Sex haben zu wollen. Darum geht es in diesem Video gar nicht. In dem letzten, ne? In dem letzten ging es darum, dass es super nervig ist, wenn so ein Datingprozess nicht auf den Punkt kommt. Und der ist ja auch nach fünf oder zehn Dates nicht auf den Punkt gekommen. Ähm, und ja, da schließt jetzt ein bisschen dran an hier diese Frage. Ähm, ich wüsste gern, wie du das hieß, die Hard Facts zur Dame des Begehrens. In den Zwanzigern, fünf Jahre Single, davor kurze Beziehungen. Hat laut eigenen Angaben ein Thema aus ihrer Kindheit. Ja gut, wer hat das nicht, ne? Äh, ich habe überhaupt kein Thema aus meiner Kindheit. Ich hatte nur Milch und Honig in meiner Kindheit. Ja. Ähm, so. Redet selten bis nie über Religionserfahrung und Gefühle. Wenn überhaupt nur mit ganz bestimmten Personen. Ja, ihr datet euch ja jetzt gleich, ihr kennt euch ja auch gar nicht. Warum sollte sie mit dir drüber reden? Ähm, ansonsten ein sehr geselliger Mensch mit großem sozialen Umfeld. Zur Story, beim Kennenlernen war beiden bewusst, dass nur etwas Ernsthaftes in Frage kommt. Und, also, ich kann es ein bisschen verstehen mit diesen Ernsthaften, aber ich, mal ehrlich, lernt euch ja erstmal kennen, man muss nicht gleich, ich habe den Fehler früher auch gemacht, man muss nicht gleich auf dem ersten Date sagen, ja, ich suche jetzt nur dies und das, es muss unbedingt eine Beziehung werden. Echt, hang out, have fun, hook up, also das ergibt sich schon alles, ne? Also klar, wenn jetzt jemand sagt, will auf gar keinen Fall nie eine Beziehung haben, nur One-Night-Stands, aber ansonsten nicht totreden auf dem Date so, vor allem nicht auf dem ersten. Ähm, wir dateten ungefähr 1,5 Monate immer mal einmal pro Woche. Gut. Küssen war vom ersten Date weg dabei. Gut. Hier fiel mir etwas auf, das ich noch nie so kannte. Beim Küssen wirkte sie recht unsicher, dafür reibte sie danach jedes Mal ihre Nase an meine und meinte, dass sie das genieße. Kann man in diesem Nasereimen deiner Meinung schon irgendetwas deuten? Nein. Also das ist echt so ein Problem im Pluspol und vor allem, wenn man doofe Erfahrungen hatte, dieses Überanalysieren. Also das bringt auch nichts. Das ist das andere Extrem, ne? Bleibt locker aufmerksam, aber locker. Klar. Die eine reibt gern die Nase, die andere, weiß ich nicht, keine Ahnung, quietsch beim Küssen oder der andere mag dir gern über die Haare streichen, ist doch völlig wurscht. Das ist doch, das ist doch, ja das muss einem jetzt nicht gefallen, aber darum geht es ja gerade festzustellen, was gefällt einem, ne? Von jemand anders gefällt das vielleicht. Die Dame macht außerdem klar, nicht sofort mit jemandem in die Kiste zu hüpfen. Für Wanderzählen zum Freundschaft Plus sei sie nicht der Typ, das habe sie mal probiert, aber sei nichts für sie. Zitat. Sie macht ihr eigenes Wohl nicht von jemand anderen abhängig. Großartig. Sehr gesunde Aussage. Wenn man das auch gelebt kriegt, alles prima. Das dürfte aber nicht immer so gewesen sein, wie ich aus ihren früheren Kreisen erfahren habe, wo man sagt, sie sei leicht zu haben gewesen. Jetzt musst du natürlich gucken, sie kann ihre Meinung ändern, jetzt musst du natürlich gucken, ja, also ist das jetzt, wenn sie für dich jetzt nicht leicht zu haben ist, ist dann dein Ego irgendwie angekratzt. Da könnte man mal gucken, nochmal so auf deiner Seite. Dennoch wirkt sie auf mich äußerst verschlossen, was sie auch selbst bestätigt. Sie begründet es damit, dass sie erst blind vertrauen können muss, bevor sie sich jemanden öffnet und das nur ein Selbstschutz von ihr ist, der jedoch mit keiner bestimmten Erfahrung in der Vergangenheit zusammenhänge. Also auch das finde ich eine völlig in Ordnung Aussage. Zeug von einer gewissen, von einer, ja, Selbsterkenntnis. Und, ja, das ist mit keiner bestimmten Erfahrung in der Vergangenheit zusammenhängig. Das ist natürlich Quatsch. Ja. Sie sah eben so. Im verhindern Verlauf kamen ja Vorschläge von ihr mal von mir für Treffen. Wir übernahmen abwechselnd die Initiative beim Küssen. Jedoch gab es aufgrund ihrer Verschlossenheit kein weiteres Vorankommen 6. Ja, ich kann nur nochmal sagen, ihr könnt alle anderer Meinung sein, aber wenn es nach eineinhalb Monaten und dann, was weiß ich, sechs, sieben, acht Dates, ich meine, das ist noch so an der Grenze. Aber wenn es da nicht irgendwo vorangeht, muss ja nicht gleich Sex sein. Ähm, aber, also ich würde mal sagen, die meisten Frauen, aber das ist jetzt nicht, dass man das machen muss, die dürfen gerne länger warten. Die meisten Frauen schlafen, wenn sie einen Mann wirklich gut finden, schlafen sie mit ihm, weiß ich nicht. Ich glaube, statistisch nach zwei bis vier Dates, so. Also, natürlich darf das länger dauern, aber man merkt ja irgendwie, dass es irgendwie nicht weitergeht und dann lass los, ne. Ähm, ich wollte sie nicht bedrängen und der Sache Zeit geben. Als ich dann auf Geschäftsreise war, hätten wir täglich Kontakt, jedoch gingen sie nicht mehr auf ein Treffen ein, als ich wieder zurück war. Auf meine Frage, wieso sie so reserviert ist, meinte sie, dass sie verwirrt sei. Ich weiß, ob es für mehr, oh Gott, sorry, für mehr ausreicht. Ähm, sie können sich nicht richtig öffnen und fallen lassen. Ja, also entweder es steht nicht richtig auf dich oder irgendwie seid ihr beide nicht in eurer Polarität. Das sind die einzigen, also, da muss man jetzt keine Bindungsangst vermuten. Das ist fucking Datingalltag. Also, ähm. Sie fände die Situation selber doof, jedoch kann man da gerade nichts von ändern. Ja, ist auch so. Deswegen geht man dann jemand anders. Ich sagte es zu ihr, sie soll sich ihre Zeit nehmen, jedoch möchte ich bald mal einen Anhaltspunkt wissen, da ich mich nicht warm halten lasse. Ja, jetzt sagst du ihr, äh, ich möchte sie nicht bedrängen, aber genau mit solchen Aussagen bedrängst du sie. Also, dann lass sie doch in Ruhe. Lass sie doch ihre Nicht-Lust haben und geh weiter, würde ich sagen. Weil jetzt fängst du an mit ihr darüber zu diskutieren, ob ihr euch heiß findet oder nicht. Das, das bringt nichts. Das, äh, genau solch so einen Scheiß will man echt nicht haben beim Daten, wirklich. Äh, so, jetzt muss ich mal wieder einen Abschnitt finden. Ähm. Wie sagtest du so? Ja, äh, b-b-b-b-b. Ich melde mich daraufhin nicht mehr bei ihr. Ja, okay. Zwei Tage später kam wieder Kontaktaufnahme ihrerseits. Erstmal kamen nur wieder viele verschleierte Aussagen und Gründe für mich ausreden, die ich nicht richtig nachvollziehen konnte. Bei genauer Nachfrage gab es sie zu, Konflikte mit sich zu haben, die nur sie selbst lösen kann. Warum redest du hier so was? Ich meine, du hast jetzt genau richtig gemacht, du hast dich nicht mehr gemeldet. Sie meldet sich jetzt wieder. Meine Leute lest mein Buch. What? Eine Güte. Tut euch nicht so schwer. Es kostet nur 15 Euro oder 17 oder so. Ähm. Ja. Dann sagst du, ja, schön, dass du dich meldest. Wann hast du eine Zeit? Und dann redet man nicht, was für Konflikte hast du gehabt? Wieso? Warum? Was kannst du nicht lösen? Das hat mit Daten, das ist viel zu anstrengend. Schön, dass dich gemeldet hast. Wann hast du Zeit? Daten. Hangout. 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 Fertig. Ähm. So. Das kann man später mal, kann man solche Beziehungen oder solche Gespräche führen. Ihr seid bewusst, dass man sich nicht vor Verletzungen fürchten darf und auch daran wachsen kann, wenn man sich das selbst zutraut. Wenn sie bereit ist zu springen, will sie es auch tun, aber momentan will sie sich da nicht stressen. Also meiner Sicht nach ist ja eigentlich schlimm, dass es einfach eine Frau, für die der Weib nicht so richtig da ist. Wenn für eine Frau der Weib da ist, dann denkt sie über sowas nicht nach. Also das gilt, glaube ich, für die allermeisten Frauen. Dann merkt sie einfach, boah, cool, ist voll der Vibe, voll die Chemie, ist ein einigermaßen vertrauenswilliger Typ, haben jetzt die einigermaßen Mindestzeit für keinen Sex haben wir jetzt abgewartet und dann, ja, dann tun sich diese Fragen nicht so auf, meiner Meinung nach. Ähm. Sie arbeitet an ihrem Selbstwertgefühl, das Tempo hat für sie soweit gepasst, aber sie ist sich nicht sicher, ob sie sich noch etwas an der Situation ändern wird. Das ist Friendzone. Also da muss man nicht mehr weiterreden, wirklich. Ich mache dir klar, dass sie eine Frau will, mit der ich reale Momente teilen, Abenteuer erleben und Spaß haben kann. Übersetzung, ich möchte Sex mit ihr haben, aber sie will nicht, dass sie meiner Meinung nach nur nach Ausreden sucht. Das sind keine Ausreden, sie fühlt es einfach nicht und das ist auch nicht schlimm. Attraction. Attraction is not a choice. Man kann sich nicht für Chemie entscheiden, das geht nicht. Warum es nicht passen, dass ich auf dieses Jahr alter keine Lust habe. Erst zwei Wochen später kam ihre Antwort, dass sie meine Ansichten total versteht und in meinem Fall auch so gehandelt hätte. Sie wünscht mir, dass ich so etwas finde und wir werden uns bestimmt mal wieder über den Weg laufen. Ja, das ist alles gut. Jetzt sagt sie, ja, kann ich verstehen, dass du einen anderen Datingprozess hättest, kann ich dir nicht liefern für ein schönes Leben. Das ist alles. Also hier ist nichts falsch dran. Nichts. Ähm, ich weiß schon, weg damit und next. Ja, next, aber ich finde die Frau hat nichts falsch gemacht. Sie hat einfach geguckt, ob sie da weiterkommt mit dir, hat auch genügend über sich erzählt und da hat sie nichts falsch gemacht. Allerdings würde ich gerne für meine eigene Weiterentwicklung wissen, was bei der Dame vermutet ist nichts. Sie stand einfach nicht genug auf dich und das ist nicht schlimm. Also auf wie viele Leute steht man? Auf, weiß ich nicht, einen von zehn oder keine Ahnung. Das ist nicht schlimm. Und das ist, glaube ich, nur so dein eigenes Ego, was sich da gerade meldet. Es hieß immer so, Zurückweisung ein bisschen blöd, aber bei der nächsten ist es vielleicht schon wieder anders. Ich hatte sowas noch nie und will in Zukunft schneller aussortieren können, um gar nicht mehr in so einen Strudel reinzukommen. Ja, dann kämpf nicht darum, dass jemand im frühen Dating Chemie entwickelt. Da kannst du nicht drum kämpfen. Akzeptier es, bleib ruhig, entspannt und geh weiter. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.